Wie viel Geld kann ich in 48 Stunden nur mit dem Zocken von Handyspielen verdienen? Dafür müssen wir in dieser App Credits sammeln. Und für dieses Game habe ich 2500 Credits bekommen. Hat mich nur einen halben Tag gedauert. Fehlen immer noch 4000 Credits und dafür muss ich in diesem Game Level 16 erreichen. Oh, da sind sie sogar da. Geil! Hä, sogar mehr als gedacht? 5 Euro Paypal steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg. Und die habe ich tatsächlich bekommen, aber warum ihr das trotzdem auf keinen Fall selbst machen sollt, erfahrt ihr in meinem YouTube-Video.